Hi Freunde, willkommen zum heutigen Video. Heute testen wir zwei Pyroland Batterien vorweg. Preise liegen nur hier zwischen 12,50€ und 14,50€. Je nachdem was gerade Pyroland für ein Angebot hat. Also wir haben auf jeden Fall die Ehrencake und den Mettwurst Spatz. Jede Batterie hat 16 Schuss, im Kaliber wird jetzt überhaupt 25mm. Steht das irgendwo drauf? Müsste ich mal schauen. Ne, steht nicht drauf. Aber wir haben eine NEM von 180g jeweils. Ja Freunde, mehr gibt es dazu jetzt erstmal nicht zu sagen. Hier muss man raus, das sind wir. So, jetzt testen wir noch die Ehrencake. Die hat leider keinen Standfuß. Bin gespannt, ob die umkippt. Ja, doch eine ganz kleine, süße Batterie. Kann man eigentlich mal mitmachen. So, jetzt kommt der Mettwurst Spatz. Aber mit Butter. Ja, naja, weiß ich nicht. Aber mal gucken. Kein Standfuß. Vielleicht gibt es ja. Ich nehme den Lauf. Oh, die hat leider keine Schlusssalbe, aber es waren orangene Sterne und Blinker.